Es gibt Momente im Leben, die man nie vergisst. Du kannst nicht nach ihnen suchen, aber du kannst ihnen begegnen. Sikol! Rebecca! Haben Sie schon einmal Ihr großes Geschäft in der Badewanne verrichtet? Ja. Echt perfekt ist Du hast den Finger durch. Wegen dem Finger geh ich dann das Arschloch lang. Du hast die Scheiße am Finger. Dann zieh ich das so hoch. Was ist los? Das ist ein Fazig. Weil es echt ist. RTL 2. It's Fun.